Moin Konsolensportler, ich bin's Brady von TMA und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag und ich wollte euch mal was fragen, habt ihr vielleicht Probleme beim Aimen, beim Schwitzen, dass ihr ab und zu von den Sticks runterrutscht? Ihr habt schon mehrere Sachen benutzt, wie solche Kappen, Plastikkappen zum Runterrutschen, die verdrecken, sie helfen nicht, sie reilen sich ab. Dann habe ich hier was für euch. Und zwar nehme ich Tamp X von GameX. Und zwar sind das so kleine Ringe, wie gesagt Verhüterli, Huttern, Fingerhütchen und die schauen so aus, wenn man sie rausnimmt. Sie sind schwarz, rund, sie haben einen extremen Kripp. Nehmt sie, zieht sie über euren Finger und so wie es, glaube ich, jeder schon mal kennt, zieht man das hier wieder runter, zieht es etwas lang. Also nicht zu fest ziehen, ansonsten reißen die, weil die sind zwar auch extrem dünn, aber sie erfüllt jetzt ihren Zweck. Man kann nicht mehr runterrutschen. Für die Leute, die das Problem haben, denen ist es zu eng unten rum, weil sie vielleicht etwas dickere Finger haben, kürzere Finger. Man kann diese Dinge auch anpassen. Man kann hergehen, sie ausrollen, da wo man sie ungefähr braucht. Ich würde sagen hier. Zeichnet sie hier an. Hier in der Höhe. Dann, wenn man das getan hat. So, ich zeichne die jetzt an. Roll die wieder auf. Und jetzt rolle ich sie so komplett wieder auf. Schau, wo habe ich sie angezeichnet. Hier. Nehmen Sie eine Schere. Nehmen Sie eine Schere. Schneid hier runter. Vorsicht auf eure Finger. Und bitte passt auf, dass ihr näher stehen lassen, als ihr das angezeichnet. Sonst habt ihr nachher ein Problem beim Aufbrücken. Jetzt müsst ihr vorsichtig sein. So. Wieder drüber ziehen. Aber diesmal vorsichtig, da ihr jetzt unten was weggeschnitten habt. So. Bis euer Finger da oben sitzt. So, wenn ihr merkt, ich habe sie länger abgeschnitten, als was ich sie brauche. Vorhin gingen sie bis hier. Jetzt gehen sie bis hier. Und hier hätte ich sie gern ungefähr. Also im Gelenk. Da. Ungefähr. So. Jetzt ziehe ich mir das so drüber. Jetzt wicke ich das ganz leicht wieder auf. So. Und jetzt sitzen sie wesentlich lockerer. Und ihr habt auch ein viel besseres Gefühl darin. Dann könnt ihr das komplett wieder aufrollen. So. Wenn es dann aufgerollt ist. Sieht das wieder aus. Wie auch frisch aus der Verpackung. So. Ihr könnt es dann das ganze wieder runter nehmen. Schön schrapp über euren Finger runterziehen. Ihr könnt, ihr müsst es nicht abschneiden. Ihr könnt es abschneiden. Wenn ihr sowas haben wollt. Geht ihr auf GameX. Auf die Seite. Bei Amazon gibt es sie auch. Aber ich würde euch empfehlen über GameX einzukaufen. Über die Seite. Tamp X eingeben. Und bestellt euch die. Sie helfen euch wesentlich euren Stick besser unter Kontrolle zu halten. Besser als diese Plastikkappen. Die nach einer Zeit. Wie man hier sieht. Immer mehr die Hautfetzen und alles. Das ist einfach ekelig wird. Und man muss sie immer wieder reinigen. Unter Wasser halten. Sie helfen viel, viel besser. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß beim Zocken.